Die Rechte Erda und Erda. So, dann kann ich wieder rein. Aber guck mal, Norbert, das ist fast zu gut, was sie uns gesagt hat. Das größere Stück kommt noch hin, weil der Bauch meistens das größere Stück kommt. Noch eine, noch eine. Ich glaube, das ist alles gut. Hast du dich hier hingestellt? Das riecht gut, oder? Jetzt geht's los. Ja, komm, wir können dann ein bisschen auf die Seite. Der ist noch zu aufgekriegt. Komm, dann hast du noch einen. Ja, genau. Ja, also das ist denn euer. Aber wo ist denn der Kleine, den wir mitnehmen sollen? Ja, der kommt gleich. Okay. Okay, so. Wow, ist das mal süß. Ja, ähm. Geht das jetzt hier bei euch? Oh, das zählt doch nicht. Einmal rein. Kannst du die Kamera bitte wecken? Ja. Hier ist noch was. Kommt das? Ja. Ja. Na, guck mal. Ne. Ja, mach mal. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.